Petry mag die Wassermähe! Und was jetzt? Etta, wo hast du meinen Vater zuletzt gesehen? Direkt hinter diesem Felsen ist dein Vater hingefallen. Littlefoot, du musst stark sein. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Littlefoot! Papa! Littlefoot? Was macht ihr denn hier? Wir wollen dich retten, Papa! Danke. Wie wunderbar. Aber mein Bein ist angeklemmt. Ihr könnt nichts für mich tun. Sie sind hier langgegangen. Scharfzahn! Ja! Nicht Scharfzahn! Niemand! Mein Pieps! Alle sind jetzt! Ganz, 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 ganz! Leise, Fuchtelarmi. Hier lang! Mami! Ich will wieder nach Hause! Pst! 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 Bringen Sie bitte nach Hause. Ich gehe hier nicht weg. Littlefoot, dein Vater hat recht. Du hast deine Herde nicht aufgegeben. Und ich gebe dich nicht auf, Papa. Und wir helfen Littlefoot. Zera, glaubst du, du kannst diesen großen Felsbrocken bewegen? Den da oben? Der ist riesig. Ja, ich weiß. Aber du schaffst das. Du hast recht. Wer, wenn nicht ich? Freunde, Etta, kommt, wir brauchen einen Baum. Wir nehmen den da. Wunderschön. Und was Pietri machen können? Flieh ganz hoch. Sag uns Bescheid, wenn das fließende Feuer auf uns zufließt. Pietri machen! Halt durch! Zera, ich weiß, du schaffst das! Mach dich bereit! Gleich fliegst du runter! Ja! Papa! 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 Littlefoot! Und jetzt muss der Baumstamm da runter! Sie müssen runter! Ja! Ja! Passt auf, macht euch bereit! Auf mein Zeichen drückt ihr ihn runter! Beeilung! Auf die Plätze! Fertig! Drücken! Papa! Jetzt! Hey! Petri denkt ihr Beeilung! Schnell, schnell, schnell! Oh! Ja! 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 Ja!